Es waren aufregende Rennen zu Beginn einer neuen Ära in der Motorrad-Königsklasse. Die Crews mussten viel lernen über die neuen Motorräder und das war nur der Anfang. Ich dachte, meine Chance Weltmeister zu werden wäre vorbei. Die Crews mussten viel lernen über die Kasey Stoner und Rossi kommt direkt zurück auf die Kurskruite. Wir haben es nicht gesehen. Das ist Rossi, er läuft auf der Straße und stürzt Stoner weit. Welche fantastische Sache. Hier ist Valentino Rossi und Kasey Stoner. Mir war nicht bewusst, dass sich das Risiko eines Unfalls einging. Ein solches Ereignis kann die Karten im Team neu mischen. Er ist ein erstaunlicher Fahrer. Sehr schnell. Ich glaube schneller als manchen nie bist. Der Karten im Team Der Karten im Team Der Karten im Team Er hat sich gesagt, dass es im Team mehr zum Beispiel eine große Herausforderung ab踢nen. Untertitelung des ZDF, 2020